Vielen Dank für deine vielen Jahre Support, Esso-Darmstadt-98, Fußballgott Tobi Kempe! Wartet, 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 wartet. Normalerweise kommt die Familie immer als erstes, aber der letzte Dank, den haben wir schon mal aufgehoben, gilt denen, die uns viele Emotionen schenken, denen wir viele Emotionen eben halt auch zurückgeben wollen. Und ich glaube, die Mannschaft hat es geschafft, Identifikation zu schaffen und Identifikation zu schaffen mit denen, die das wichtigste Sprachrohr eines Vereins sind. Und es sind die, die hier unten alle im Blau bei stehen, die für uns zusammenkommen. Grazie, Arrivederci, ciao, ciao! Danke. So, Arrivederci.